Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich so einen Gipskarton-Innen-Ecke spachteln und somit natürlich auch einen Wandanschluss an der Decke richtig herstellen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Natürlich gibt es auch hier wieder die verschiedensten Möglichkeiten und Hersteller von Produkten, jedoch zeige ich das Ganze mal mit dem Kurband von Knauf, was ich anschließend mit Knauf Uniflot verspachtle. Hier kommt es übrigens auch drauf an, das gibt es in imprägniert oder auch in der normalen Version. Zuerst einmal kontrolliere ich natürlich meine Innenecke nicht, dass hier zum Beispiel Gips oder auch irgendwelche Schrauben noch überstehen, die danach einfach stören und dann kann ich mir mein Kurband auch schon auf die benötigte Länge einmal herschneiden. Wenn wir das gemacht haben, dann hat das Kurband hier in der Mitte noch so eine vorgestanzte Linie und da können wir nämlich dieses Band auch ganz einfach mal schon so vorknicken, dass es danach natürlich auch wirklich schön in unsere Ecke reinpasst und natürlich auch Risse vermeidet werden. Falls deine Ecke schon wirklich super ausschaut ohne größeren Spalt, dann hätten wir die Möglichkeit, dass wir unsere Spachtelmasse mal etwas flüssiger anrühren und zum Beispiel mit so einem Eckroller hier in die Ecke einmal sauber auftragen. Falls es bei dir aber nicht so ausschaut, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, die Spachtelmasse doch etwas dicker anzurieren. Hierfür habe ich übrigens auch schon spezielle Videos auf meinem Kanal und dann können wir diese auch mit so einer normalen Klettkelle nämlich auftragen. Hierfür also einfach mal etwas Spachtelmasse auf die lange Seite von der Klettkelle drauf geben und dann können wir auch schon mal von der Ecke aus nämlich das Ganze nach außen hin abziehen, dass wir danach wirklich auch überall schön unsere Spachtelmasse verteilt haben. Das selbe Spiel müssen wir dann natürlich auch auf der anderen Seite von unserer Ecke mal machen. Und wenn es dann schon überall grob verteilt ist, können wir mal mit der kurzen Seite von unserem Kletter wirklich ohne viel Kraftaufwand das Ganze nach unten bzw. nach oben noch abziehen. Und wenn unsere Ecke überall gleichmäßig mit Spachtelmasse verspachtelt wurde, können wir auch mal das Kurband schon in unsere Ecke hineingeben und mit den Fingern übrigens auch relativ gut fühlen, dass es natürlich auch schön in unserer Ecke drinnen sitzt. Im nächsten Schritt geht es darum, das Kurband noch etwas fester in unsere Spachtelmasse einzudrücken und auch die Spachtelmasse, welche einfach zu viel hinter dem Band ist, jetzt hervorzubekommen. Deswegen am besten mal unsere Klettkelle mit der kurzen Seite nehmen. Ich habe übrigens hier oben rechts jetzt auch noch so eine kleine Abrundung. Die schadet hier auch nicht, dass wir das Kurband auf gar keinen Fall irgendwie verletzen. Und dann setze ich das Ganze mal seitlich an und gebe doch etwas mehr Druck jetzt drauf und schaue, dass ich das Band einmal schön in die Spachtelmasse hineindrücke. Normalerweise sollte jetzt auch etwas Spachtelmasse nämlich noch dahinter auf jeden Fall weggehen. Dasselbe Spiel machen wir auf unserer anderen Eckseite jetzt natürlich auch noch. Wenn wir das haben, geben wir wieder etwas Spachtelmasse auf unsere Klettkelle drauf und nun wie beim ersten Schritt auch wieder etwas Spachtelmasse von unserer Ecke raus schön auf das Kurband aufbringen. Auf der anderen Seite natürlich auch nochmal. Und ich schaue dann schon recht gerne, dass ich etwas mehr Spachtelmasse bei meinem Kurband hinten habe, als hier vorne beim Übergang zur Gipskartonplatte. Da soll natürlich am Ende der Übergang auch sauber sein, weswegen ich dann auch gerne nochmal hier hinten leicht ansetze. Und zur Gipskartonplatte etwas stärker aufdrücke und meine überschüssige Spachtelmasse jetzt nämlich auch schon relativ gut mit abziehen kann. Wenn auch das passt, nochmal mit der kurzen Seite mit leichten Druck drüber gehen, dass wir jetzt auch wirklich die überschüssige Spachtelmasse noch mitnehmen. Und dann ist nämlich unser erster Spachteldurchgang für die Qualitätsstufe Q1 auch schon geschafft. Laut der Firma Knauf sollten wir unsere verspachtelte Oberfläche mal für circa 60 Minuten antrocknen lassen. Und wenn dann irgendwo wirklich grobe Stücke bzw. Hügel vorhanden sind, können wir die mit einer Spachtel ganz einfach abstoßen. Wenn es bei dir dann ungefähr gerade bzw. eben ist, dann kommt der zweite Spachtelvorgang. Und zwar benutzt man hier dann zum Beispiel Uniflott Finish, was nochmal etwas feiner und auch schon fertig angerührt in so einem Eimer ist. Hierfür wie bei Spachtelvorgang 1 das Ganze mit der Kelle am besten in die Ecke einmal einbringen. Und dann aber nicht mehr mit der kurzen Seite, sondern wirklich am besten mit der langen Seite das Ganze nochmal etwas großflächiger verteilen. Diese Innenecke habe ich schon ein zweites Mal gespachtelt und direkt nach dem Spachteln bin ich noch mit so einer speziellen Inneneckkelle in der Ecke direkt drüber gegangen, dass ich auch wirklich hier das Ganze hinten optisch sauber verarbeitet habe. Und somit haben wir auch schon eine Innenecke richtig gespachtelt und können das Ganze natürlich danach nach Belieben noch sauber abschleifen oder auch zum Beispiel für Q3 oder Q4 verspachteln. Wenn du dir für zu Hause bzw. auch so ein Kurtband, eine Klettkelle, Uniflott in imprägniert bzw. normal oder auch Uniflott Finish zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geöffnet hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.